In diesem Video stelle ich euch vor, wie es ein Tusken Räuber schaffen konnte, einer der mächtigsten Sith der Galaxis zu werden und die Herrschaft über die Galaxis zu übernehmen. Bei dem besagten Tusken Räuber handelt es sich um Asharad Head, dem Sohn des Jedi Ritters und Tusken Räubers Sharad Head. Asharad Head wuchs auf Teturin unter Tusken auf, wo er von seinem Vater sowohl in den Wegen der Jedi, als auch der Tusken unterrichtet wurde. Darin enthalten war sogar die Jagd und die Tötung eines legendären Krayt Drachens. Es gibt bereits ein Video von mir, in dem ich euch erkläre, wie Asharad Head zum Jedi Orden kam, die Order 66 überlebte, sich danach wieder den Tusken anschloss und warum er sich auf Tatooine mit Obi-Wan duellierte. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut da auf jeden Fall zuerst mal rein. Von Obi-Wan erfuhr Head auch, dass Anakin Skywalker, ein alter Freund Hads, nicht bei der großen Jedi Säuberung gestorben war, sondern gerade er zu dem Darth Vader geworden war, der so viele seiner Freunde getötet hatte. Nach seinem verlorenen Duell auf Tatooine musste Head sich einen neuen Plan einfallen lassen, um nicht vom Imperium als Jedi erkannt zu werden. So entschied er sich Kopfgeldjäger zu werden, da seine Kampferfahrung aus den Klonkriegen und als Anführer der Tusken Clans ihm in diesem Gebiet einen riesigen Vorteil verschaffen würden. Er machte sich einen eigenen Namen als Kopfgeldjäger und bekam schon nach kurzer Zeit immer bessere Aufträge angeboten. Bei der Verfolgung eines Mannes namens Resk, bis zum Planeten Korriban, wurde sowohl sein als auch Resks Schiff durch einen Sturm zur Landung gezwungen. Dort tötete Head Resk, da dieser ihn als Jedi erkannte und ihm drohte, ihn den Imperialen auszuliefern. Kurz darauf ertönte eine Stimme aus naheliegenden Katakomben, die nach Head rief. Er folgte den Lauten, drang immer tiefer in die alten Gemäuer vor und fand ein antikes Sith-Holokon, der alten Sith-Lady Xuxan. Sie offenbarte ihm, dass sie schon seit langer Zeit auf jemanden wie ihn wartete, um ihre Lehren an jemanden würdigen weitergeben zu können und bot ihm an, ihn in den Wegen der dunklen Seite zu unterrichten. Head nahm das Angebot an, jedoch mit der Intention nur neue Kräfte und Fähigkeiten zu erlernen, die er dann gegen Vader und Palpatine einsetzen könnte, ohne dabei der dunklen Seite zu verfallen. Als er das Gefühl hatte genug gelernt zu haben, kam er wieder aus den alten Sith Katakomben hervor, um sich endlich Vader und Palpatine zu stellen. Er musste jedoch zu seinem Schrecken feststellen, dass doch mehr Zeit vergangen war, als er angenommen hatte. Anstatt nur ein paar Wochen in den Sith Katakomben verbracht zu haben, waren es mehrere Jahre. Die beiden Sith, an denen er sich rächen wollte, waren schon vor einiger Zeit im zweiten Totenstern über dem Waldmond von Endor gestorben. Ohne Ziel und wirklichen Antrieb beschloss Head zu versuchen in die unbekannten Regionen zu kommen, um sich dort zu verlieren und vielleicht den Anfang für ein neues Leben zu finden. Und sein Plan ging zu Teilen auf. Er schaffte es zwar in die unbekannten Regionen zu kommen, wurde dort jedoch in kürzester Zeit von einem Yu San Wong Aufklärungsschiff aufgegabelt und gefangen genommen. Dieses Aufklärungsschiff sollte Informationen für die Yu San Wong, die aus einer anderen Galaxis kamen, über diese Galaxis sammeln, um es den Wong einfacher zu machen diese Galaxis zu übernehmen. Head wurde dann in die Umarmung des Schmerzes gegeben, die ihm unbeschreibbare körperliche und geistige Qualen zufügte. Dort kümmerte sich Vergere um ihn, eine Jedi, die schon 50 Jahre zuvor verschwand und seit jeher als tot galt. Sie lebte mit den Yu San Wong zusammen und arbeitete quasi als Doppelagentin, die sowohl den Yu San Wong Informationen über die Galaxis gab, aber auch gleichzeitig Informationen über die Wong sammelte, um sie später gegen sie einsetzen zu können. Doch das ist eine Geschichte für ein anderes Video. Das Problem dabei war, dass sie während ihrer Zeit bei den Wong irgendwann die dunkle Seite für sich entdeckt hatte und ihr Wissen nun an Head weiterleitete. Vergere brachte ihm bei, wie er seine Schmerzen, die er von nun an in jeder Sekunde seines Lebens in der Umarmung des Schmerzens erlitt, umwandeln und für die dunkle Seite nutzen konnte. Head, dessen Plan Fähigkeiten der dunklen Seite zu erlernen, jedoch nicht der dunklen Seite zu verfallen, bis zu diesem Punkt gut funktioniert hatte, brach in dieser Situation jedoch und gab dem Verlangen nach durch die dunkle Seite seine Schmerzen ertragbarer zu machen. Durch seine Schmerzen in der Umarmung des Schmerzes und der dunklen Seite befeuert, erhielt Head eine Vision. Er sah einen neuen, geeinten Sith Orden, einen Orden in dem die Sith sich nicht auf zwei Wesen gleichzeitig beschränken müssten, in dem es aber trotzdem keine Machtkämpfe innerhalb des geben würde, die den Orden zerreißen würden. Einen starken Orden der Sith mit ihm an der Spitze, der es schaffen würde, der schwachen und zerbrochenen Galaxis wieder Stabilität zu geben. Er verbrachte jedoch noch Jahre auf dem Wong Schiff in der Umarmung der Schmerzen und lernte von Vergere. In dieser Zeit wurde auch sein kybernetischer Arm durch einen von den Wong geformten Arm ersetzt und sein linkes Auge wurde durch ein Auge der Wong ersetzt. Als die Wong mit ihrer Großoffensive auf die Galaxis begannen und ein Großteil der Krieger zusammen mit Vergere von seinem Schiff abgezogen wurden, schaffte es Head zu fliehen und nach Korriban zurückzukehren. Dort nahm Head den Namen Darth Krayt nach den Krayt Drachen, die er selbst auf Tatooine als Kind gejagt und erlegt hatte, an. Er suchte im Verborgenen nach neuen Schülern für seinen neuen Sith Orden und fand mit der Zeit einige. Auch die Sith Lady Lumia wollte Krayt rekrutieren. Diese schloss sich jedoch lieber Darth Cadiz an, dem anderen Sith den Vergere geformt hatte. Auch wenn er so eine fähige Schülerin verlor, half ihm Darth Cadiz und der zweite Galaktische Bürgerkrieg sehr seine eigenen Machenschaften zu verschleiern. Für ca. 100 Jahre sammelte Darth Krayt immer mehr Anhänger um sich herum, die durch die dunkle Aura Korribans gut versteckt wurden. Viele Phasen dieser 100 Jahre verbrachte Krayt in Highlander Stasis, die auch sein Altern verlangsamte. In diesen langen Phasen der Stasis war er nur durch die Macht mit seiner rechten Hand Darth Warlock verbunden. Doch diese lange Lebenszeit forderte seinen Preis. Die Wong Implantate ließen knochenartige Auswüchse aus Krayts Haut fahren, die mit der Zeit eine starke Rüstung um seinen Körper bilden ließ, die ihn aber auch gleichzeitig von innen heraus verschlangen. Nur durch regelmäßige Heiltrancen konnte sich Krayt am Leben erhalten und das noch bevor er überhaupt sein eigenes Imperium errichten konnte. So wusste er ca. 125 Jahre nach der Schlacht von Yavin, dass er schnell handeln müsste, um seinen Plan noch verwirklichen zu können. Er ließ mit seinem Orden Hass und Zwiespalt in der Galaxis sehen, die dafür sorgte, dass die Galaktische Allianz zersplitterte, ein neues Galaktisches Imperium entstand, welches eine Allianz mit ihm einging und ein erneuter Hass auf die Jedi aufkam. Daraus resultierte der Sith Imperiale Krieg zwischen dem Imperium unter Roanfell und Darth Krayt an seiner Seite und der geschwächten Galaktischen Allianz unter der Führung von Admiral Garstazzi mit Jedi Meister Kull Skywalker. Nach 3 Jahren des Krieges kapitulierte die Galaktische Allianz und das Imperium unter Roanfell nahm die Herrschaft der Galaxis an sich. Somit stand Krayt nur noch Imperator Roanfell, der selbst ein Machtnutzer der sogenannten Imperialen Ritter war, im Weg, um die Herrschaft der Galaxis und ein neues Imperium für sich beanspruchen zu können. Nach einigen Jahren weiterer Machtspiele ließ Krayt fast zeitgleich Attentate auf die verbliebene Jedi Akademie auf Ossus und ein Attentat auf Imperator Roanfell verüben und beanspruchte den Thron für sich. Jedoch überlebten bei dem Anschlag auf die Jedi einige von ihnen, darunter auch der Sohn Kull Skywalkers, Cade und auch bei dem Anschlag auf Imperator Roanfell wurden nur eins seiner Double getötet. So schaffte es Darth Krayt zwar Imperator seines eigenen Imperiums und Anführer eines neuen Sith Ordens zu werden, sah sich jedoch direkt von Beginn seiner Regentschaft unzähligen Problemen gegenüber. Imperiale Ritter unter Roanfell zogen sich mit einer großen loyalen Flotte nach Bastion zurück und gründeten dort ein eigenes neues Imperium. Der vor Jahren geschlagene Admiral der Galaktischen Allianz Garstazi sammelte Schiffe und Truppen um sich, um sich gegen das Imperium unter Krayt wehren zu können. Die Jedi Kate Skywalker und Wolf Saison lebten noch und waren somit eine große Bedrohung für ihn. Der Rückhalt der Imperialen, die ihm Zugang zu seinem neuen Imperium verschafft hatten bröckelte, sein Körper gab langsam aber sicher den Geist auf und die Einheit seines neuen Sith Ordens nahm von Jahr zu Jahr ab. Doch wie es mit Krayts Imperium weiter ging, ist Stoff für ein anderes Video. Aber was sagt ihr? Wie findet ihr die Geschichte von Darth Krayts Aufstieg? Und würdet ihr davon gerne irgendetwas im Kanon sehen? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und auf die Glocke klickt, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, schaut mal hier um rechts in die Infokarte. Da habe ich euch ein Video über 5 Jedi Meister, die ihre Padawane töteten und ein Video darüber, warum Anakin wirklich in den Jedi Orden aufgenommen wurde, dargelassen. Und vergesst nicht auch mal auf meiner Patreon Seite vorbeizuschauen. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.